Hallo Leute und Willkommen zu Pokémon Goldene Edition. Viele Leute haben Nein gesagt, aber die Überzahl ist von Ja gewesen. Also tut mir leid für die, die Nein gesagt haben. Dann fangen wir auf eure Leute an. Ich habe schon meinen Namen und so weiter eingegeben. Das macht euch bestimmt nichts aus, Fabian. Hier bin ich mit Hochspeed. Auch natürlich mit Speed. Speed! Und Speed. Dann fangen wir mit erstmal an ein Pokémon. Wir brauchenıyoruz. We Let's play heute... also werde ich erst mal das machen... hm, was ist das? Bläh... Äh... Nein... Was ist das? Ah, ich liebe Wasser-Pokémon! Ob ich Wasser-Pokémon wohl wählen soll? Oder soll ich lieber einen Pflanzen-Pokémon wählen? Hm... Kani-Mani... Ah, Kani-Mani sieht nicht so süß aus... später... Ich nehme ihn, die wir! Hä? Nein... Ich bin dann... Ja... Mhm... Ich glaube, scheiße... So... Oh, ich habe kranker Helden... So... Speed! Erster Kampf gegen Hut-Hut! Los, Tackle! Und Tackle! Und Tackle! Und Tackle! Und Tackle! Wum... So schnell könnte er nicht laufen, was? Ich spiele hier mit Visual Game Boy Advance... Mit... 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 Mit einem ROM also... Auf dem DS kann man nicht aufnehmen... Oder wenn man es aufnehmen kann, weiß ich nicht wie... Aber das macht euch bestimmt nichts aus... Ich habe Pokémon Boy noch nie gespielt... Und deswegen gespielt ich es... Oh, Tackle gegen Stein-Pokémon hilft ja... Sehr viel... Oh... Oh... Nein... Flucht! Oh... Oh... Habe ich... Bukkeball? Was soll ich tun? Ich weiß nicht wo ich hingehen soll... Ehm... Flucht! Levele mich erstmal! Tackle! Und Tackle! Und Tackle! Und Tackle! Ehm... Tackle! Und Tackle! Yeah! Level 6! Okay... Ehm... Was soll ich denn mit tun? Ich habe gerade keine Ahnung wo ich lang muss... Muss ich vielleicht Professor Eichel wieder ansprechen? Ehm... Nein... Ich lese was er sagt... Ehm... 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 Aha... Vorlesen tue ich euch natürlich später... Aber nicht jetzt... Weil ich dazu im Moment noch nicht in Stimmung bin... Weil ich ja noch bei meinem ersten Let's Play der ganzen Welt bin... Ich habe noch nie zuvor ein Let's Play gemacht... Und gesprächig sein werde ich natürlich auch noch nicht... Und ich habe gleich verloren... Und... Ja... Ich glaube er trank... Lass mal speichern... Speichern... Yeah... Beutel... Trank... Ihn... Ich weiß nicht... Das ist scheiß Wutwut... Das geht mir nass aus dem Sack... Was weißt du? Da nix... Hierfür brauche ich Zerschneider... Das ist ja unerkennbar... Wir könnten die mal ein bisschen erkennbarer machen... Wutwut... Oh... Ah... Dauert noch nicht... Ich kann doch was... Hups... Hm... Gut... Gut... Oh... Oh... Es tötigt dich wieder... Ich weiß nicht wo es landen... Was... Ach da... Das wäre ja logisch... Ja, hi! Okay, jetzt zum Markt, jetzt mir hier Ollerin kaufen, Pokébuy, Pokébuy, schuldig mich doch. Ah, ich kaufe mir mal ein paar Tragen. Zwei. Noch zwei. Zwei. Und noch ein. Und noch ein. Und noch ein. Der sollte reichen. Hier lang. Hier hoch. Hier. 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 Was ist das? Ich werde dann natürlich auch zuerst Pokémon Goid. Let's playen. Das geht dann weiter zu Pokémon Rubin. Dann geht das weiter zu Pokémon. Jetzt kann man mal Pokémon Rubin. Nein, nicht Pokémon Rubin, sondern Pokémon Saphir. Nee, Smaragd. Dann nach Smaragd. Äh, keine Ahnung. Was kann man? Kann man schon Perlen? Ich weiß das gerade nicht. Naja, ich wechsle es natürlich ab. Immer zu den neuen Versionen. Pokémon Gold ist einer der älteren. Aber Pokémon Blau ist natürlich noch älter. Aber da ist alles schwarz-weiß. Und das will ich nicht erklären. Moment. Hm. Ah. Okay. Das war Lymd. Ich habe nicht gelesen, wo ich hin muss. Aber ich glaube, ich komme zuerst zurück. Es wird ja auch nicht gelesen. Und TECKL und TECKL und TECKL. Und TECKL und TECKL. Ah, ja. TECKL. 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 Ne, ja... ... an den... 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 ... Mist... ... Mist! ... Ehh kack, da rufe ich ihm Mama an. ... Jooh... ... Jooh... ... Aha... ... Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss jetzt, weil ich einfach nichts lese. Weil es hier mit Vollspeed geht. Ah, jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Hm... ... Ich weiß was. ... Schmerzen... ... Nö... ... Toll... ... Ah... ... Achso, Kampf. Ich dachte schon, war zweideutig. Genau, wählst du erstmal einen schönen Feuer-Pokémon. Hast du das gesehen, Junge? Wie gut ich bin. Mann, ist so schlecht. Nein! Ich wollte doch das lesen. Hm... ... Mist... ... Okay, das ist noch kein Mist. Es fliegt kein Meister vom Himmel. Nein, das ist noch kein Meister vom Himmel. Tja, bin aber ein Meister. Da sind ja ein paar Tricks bei. Da ist ein Meier, ob du drauf hast. Aha... 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 Das sind volle Tricks, Alter. Häuser abgucken. Das ist ja voll die größte Kacke. Nein! Mal gucken. So, dann gehe ich auf den Computer und lade Videos hoch. Und die sind noch... Zum Beispiel... ... die nächsten Feinden. Oder... Hm... Gar kein Bock. Let's play it. Da, noch da, noch da. Ja... Ihr merkt... Ich habe es schon angesprochen, aber ihr merkt wirklich, dass ich noch nicht gesprächig bin. Ich habe noch keine Themen, über was ich reden soll. Ihr könnt mir ja auch laut Themen vorschlagen in den Kommentaren später. Aber leider habe ich noch kein Thema. Okay... Boah... Ich weiß echt nicht, was ich tun soll. Soll ich vielleicht hier rein? Ah... Ein Pokémon... Ich steuere und ein Teil. Ich habe auch schon leider keine Informationen. Wenn die... Höhöhöhöhöh... Aha... Mit langen roten Haaren... Kann das vielleicht... ...James sein? Nee... Ach... Was glaube ich? Jesse... ...and James... Sie sind Timo-Rocke, so schnell wie das Licht. Ja... Gegner-Name. Eigentlich heißt er ja... Gary von Ash. Aber wie soll ich ihn nennen? Gay... Gay... Nee... Warte... Mein Rivale... Ich bin... Nee... Doch... Gay... Gay... Okay... Sein Name war also Gay... Korrekt... So heißt er. Und nicht anders. Das ist eine große Entdeckung. Schauen wir mal über Gibt. Wofür denn das? Okay... Was hier? Gucken wir halt. Also... Das ist eine Tat... Eine große Entdeckung. Ah... Sorry wenn ihr das lesen wollt, aber es ist ja noch ein Test-Let's-Play. Okay... Also... Wie ich hier alles so schnell wie möglich auch noch zu Ende bin. Vor du losziehst, sagst du das mit ihm. Wunder auf Engel. Wie es mir hab ich gelesen, habt ihr gesehen? Wollte diese auf einer... Pokédex-Reise. Poké-Buy! Verfang ich mir gleich mal ein paar Poké-Wund. Okay... Erstmal hier rein... Okay... Ja... Ich wohne in unserer fette Villa. So wo ist die Schachtel? Darf sie. Ja... So... Tschüss... Dumme Schabracke... Oh... Wie viele Pokémon hast du bereits gefangen? Ich habe eben gerade erst ein Poké-Wund bekommen. Wie... Wie viele Pokémon soll ich da wohl gefangen haben? Vielleicht, dass dann jemand Pokémon fängt? Ich hab echt keine Ahnung wie das geht. Bitte bring mir das bei. Ich hab nämlich keine Ahnung. Achso... Aha... Oh... Wusste ich nicht. Gut, jetzt weiß ich es. Das kann ich mal testen. Okay... No... 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 Ist das nur los, dude? Nein... Nicht weiter... Okay... Hoch... Da lang... 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 Hoch... Okay... Dieser Part geht jetzt gerade elf Minuten... Und... Der Test-Part ist dann wohl vorbei. Tschau Leute und danke fürs Zusehen.